hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von spintires mudrunner aus dem american wilds dc ja wir haben in der letzten folge unser langholz hier geladen das müssen wir jetzt zur auf einem sehr langen weg ich hätte vorher drehen sollen egal das müssen wir jetzt zur werkstatt bringen ach quatsch zum sägewerk so das war das wort was ich suchte jetzt düsen wir aber erstmal los vorteil ist natürlich dass wir uns jetzt nur auf straßen bewegen nachteil ist dass wir uns nur auf straßen bewegen können das macht fahren natürlich einfacher allerdings ist auch der weg entsprechend länger aber der lkw hier ist alles aber nicht geländetauglich deswegen müssen wir da immer aufpassen wo man eigentlich lang fahren mit den teilen hier aber ja so kommen wir dann halt auch nachher zumindest mal gut an wipp 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 aber es hat besser geklappt mit dem beladen als ich gedacht hatte hatte ich nicht erwartet ehrlich gesagt nachdem ich mich beim kurzholz so schwer getan aber das langholz ging jetzt ganz gut ich frage mich gerade wie das mit mittelholz funktionieren kann weil der anhänger ist hinten zu oder ich habe gerade ab jetzt müssen wir nachher mal gucken ich meine wenn wir können transportieren wir nochmal langholz aber ich fürchte dass wir zwei langholz fuhren brauchen für so ein sägewerk langholz hat glaube ich vier oder hat langholz acht oder sechs das weiß ich gerade gar nicht fahr hier ein bisschen slalom ich weiß tschuldigung aber irgendwie lässt sich das nicht so vermeiden aber freut mich mega dass das funktioniert hat mit dem hochladen und ich sehe ich schaue gerade kurz aus dem fenster und sehe es schneit und bleibt liegen heute am sonntag wo ich die aufnahmen mache war ja angekündigt schneefall eigentlich schon für die nacht da war aber nichts aber ja jetzt tagsüber schneit es nicht wenig und es bleibt liegen es war abzusehen dass es liegen bleibt heute morgen wo ich aufgestanden bin waren es noch so um die drei grad rum 2,7 und wo es dann anfing zu schneiden ging die temperatur sukzessive runter deswegen war das nur eine frage der zeit bis es liegen bleibt aber soll angeblich montag ja schon alles wieder weg sein von daher alles nicht so tragisch und selbst wenn es liegen bleibt ich habe winterreifen auf dem auto drauf da sollte also auch nichts passieren gut gerüstet und die die jetzt natürlich hier irgendwie runter gefahren sind und glauben darauf dass das wetter so bleibt und noch sommerreifen drauf haben die haben jetzt natürlich ein gewisses problem zumindest die die heute fahren müssen morgen soll es ja wie gesagt angeblich alles wieder weg sein soll ja wärmer werden zum montag hin und damit ist das thema dann auch durch ja und folgend ist erstmal wieder sonne und relative wärme angesagt also vom winter ist noch nicht viel in sicht außer der kurze kurze gruß heute viel mehr ist da erstmal nicht zu erwarten lassen wir uns überraschen ich meine ich fände es natürlich nicht so falsch weil wenn die sonne scheint brauche ich keine heizung anmachen und das ist dann ja auch nicht so schlecht weil macht die heizkosten abrechnung nach oben so einfacher wenn die heizung einfach nicht an war das habe ich also selbst wenn wirklich tiefsten minus temperaturen sind meine schaltung löst sich muss ich gerade noch mal festmachen so kurzen moment und weiter geht's ich fahre jetzt mal zum zweiten sägewerk weil wie gesagt wenn der acht punkte hat dann wäre es schade wenn wir die da verschleudern weil drei punkte habe ich hier im ersten sägewerk schon deswegen fahren wir da gerade mal eins weiter und gucken dass wir das hier abgeben so aber wir haben sechs punkte dann können wir auch das eine sägewerk fertig machen machen wir dann auch dann ist es nämlich egal so entladen so acht beladungspunkte geliefert sägewerk nummer 1 wäre fertig fahren wir gerade rüber zur werkstatt aber wir haben ja sieben minuten okay ich fahre trotzdem rüber zur werkstatt und dann schauen wir mal wie wir das hier weitermachen einmal müssen wir gucken was jetzt noch an holz dazu gekommen ist ich fürchte noch mal ein lang holz toll wäre natürlich noch mal ein mittelholz da oben irgendwo motor machen wir gerade aus winde anbringen ne motor abstellen so jetzt gucken wir gerade mal holz wir haben einmal kurzholz und dreimal mittellange stämme das ist gut dann würde ich den vorteil nämlich mal auf seite fahren und wir fahren mit unserem hier weiter dann haben wir drei punkte ich weiß nicht was mittellange stämme gibt wahrscheinlich vier ne ja ja fahrzeug ist nicht geländefähig ich weiß mittlere holz anhänger vier das gibt sieben punkte sieben ist natürlich doof wobei dann haben wir sieben und einmal vier dann sind wir auch mal mit mittelholz gefahren weil lang holz haben wir gar keins mehr oder da haben wir mittel lang da haben wir mittel lang oder wir machen den jetzt halt voll da den lt mit dem kurzholz und dann gucken wir mal weiter was dann an holz noch da ist ja ich glaube so machen wir das dann gehen wir dahin hoppala so war das nicht gedacht falsche richtung so dann fahren wir mal hier entlang machen vielleicht der allrad rein das könnte kein fehler sein und laden gerade mal das kurzholz ich hoffe das klappt einigermaßen das macht das ganze natürlich also das ist schöner faktor finde ich dass man halt mehrere holzladestellen hat aber halt nicht alle gefüllt sind sondern tatsächlich man gucken muss welche ist voll wo kriege ich das holz her das hat was so die frage ist kann ich das holz auch anders greifen das können wir gerade mal probieren ist ja nicht gesagt dass wir das so greifen müssen eventuell können wir das auch so wie das langholz eben müssen wir gerade mal probieren so versuchen wir es mal gang raus vier und runter ich habe das nur viel zu weit ich muss das eher so greifen versuchen wir das mal ähm ich muss vorwärts raus weil dann kann ich rückwärts an den truck dran fahren einfach mal alles niederwalzen so so jetzt müssen wir die nur in die richtige richtung drehen ich hoffe das funktioniert ich hoffe das funktioniert ich hoffe das funktioniert so so genau so genau so mit glück passt das schon so mit pech müssen wir nochmal ähm 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 Da müssen wir noch ein bisschen schieben, walzen einfach mal alles platt, einfacher Sollen wir noch mal was können. Was ist das von der Höhe? Ja. Sehr schön. Ich mach schon mal aus, weil ich davon ausgehe, dass das hier passt. Einer noch nicht. Einer. So ein Käse. Einer muss noch. Oh. So jetzt sollte es aber passen. Ich hoffe es einfach. Immer noch nicht. So ein Scheiß. Okay. Ähm. Ich frage, ob wir das mit dem Kran hier schaffen. So schon mal nicht. Ähm. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Sollte doch eigentlich nicht so schwer sein. Falsche Richtung. Hmm. Hm. Wie kriegen wir den da vernünftig rüber geschoben? Hm. Hm. Musik. Läuft. so reicht es jetzt wenn wir Pech haben reicht nachher das Sprit nicht mal Halleluja so dann wechseln wir gerade noch mal machen den Motor aus ich weiß hier geht nach einer Weile automatisch aus aber so ja dann schauen wir mal ob wir mit ihm hier auf die Straße kommen das könnten wir dann eigentlich noch wenn das soweit funktioniert könnten wir dann noch die Ladung abliefern heute wenn es nicht funktioniert dann brauchen wir in der nächsten Folge einen der uns hier auf die Straße zieht aber es sieht gut aus Entschuldigung dann fahren wir die Geschichte gerade noch weg die Zeit haben wir dann jetzt noch weil das dauert ja jetzt nur wen ein zwei Minütchen dann sind wir dort sollte jedenfalls und dann gucken wir in der nächsten Folge mal was wir denn dort noch Feines transportieren ob wir da nochmal eine Ladung Langholz holen oder ob wir da dann mal mit den mittellangen Stämmen arbeiten müssen oder noch zweimal Kurzholz einmal reicht ja nicht wir brauchen ja acht Punkte und wir haben nur mit Kurzholz haben wir nur drei zweimal Mittelholz ging ja auch aber das kriege ich halt nicht auf den Anhänger also kriege ich nur auf den Anhänger drauf nicht auf den Truck selber das ist ein bisschen doof und dann habe ich im Prinzip einmal Mittelholz und einmal Kurzholz was dann genau sieben Punkte ergibt zweimal Mittelholz wäre besser aber naja man soll ja auch ein bisschen fahren sonst wäre das ja zu einfach und einfach nur Langholz das funktioniert halt auch nicht es steht einfach nicht zur Verfügung jetzt könnte sein dass wieder welches da ist ich weiß es nicht es kann aber auch sein dass wir nur wieder Mittelholz haben müssen wir mal gucken und wir müssen gucken dass wir irgendwie noch wieder mit unserem Car zum Tanken kommen oder ich muss den Tankwagen da runter bringen das ging natürlich auch das könnte natürlich auch funktionieren so da vorne kommt gleich schon mal die Werkstatt ihn tanken wir mal auf dem Rückweg oder so jetzt brauchen wir nicht ja mal in diese Richtung die Tankstelle und in der Gegenrichtung haben wir auch die Tankstelle muss jetzt nicht sein der Mittelholz ist beidseitig zu wie soll ich denn da tanken äh laden das wäre noch so meine Frage ich komme nicht über die Dinger drüber ich muss mir das mal auf YouTube angucken bei anderen so entladen wunderbar 3 von 8 8 von 8 so was haben wir denn noch an Holz mittellang mittellang wir haben nur noch Mittelholz kein Kurzholz mehr das ist bitter das heißt wir müssen definitiv mit Anhänger fahren und leerem Truck vorne oder ich packe einen Tankwagen auf den Truck interessant wird nur wie belade ich es Mittelholz das muss ich dann mal gucken so ja Mittelholz Anhänger langer Holz Anhänger Ladefläche haben wir montiert nur wie belade ich den da ich komme ja nicht von hinten rein naja das schauen wir in der nächsten Folge ich sage mal danke fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und die Ladefläche machen wir mal weg und dafür sowas drauf oder ein Tankwagen Tankwagen hätte auch was dann können wir nämlich den K gleich mittanken so ja sagt vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei in diesem Sinne Tschüss bis zum nächsten Mal Tschüss